Servus Leute, wer jetzt gerade zuschaut und auch ein offizielles Trikot des FCK gewinnen möchte. Es gibt zu jedem Spieltag vom FCK drei Punkte, wenn du das Ergebnis richtig tippst und auch noch einen Extrapunkt dafür, wenn du das richtige Torverhältnis tippst. Also kannst du insgesamt vier Punkte pro Spiel vom FCK sammeln und dann siehst du hier im Stream bei mir eine Live-Tabelle. Die kann man sich auch groß anschauen auf der Webseite, ganz einfach zu finden, betzenbergohledies.de, also bützibürk.de und am Ende der Saison wird abgerechnet. Auf der Webseite finde ich doch nochmal die komplette Erklärung, wie es funktioniert, was es zu beachten gibt und wenn du noch nie mitgetippt hast, gar kein Problem, einfach im Chat Bescheid sagen. Dann würde ich sagen, auf drei Punkte, die sind ganz wichtig. Bleibt sauber, wir sehen uns. Haut rein. Bye, bye. Herzlich Willi! Kaiserslautern Die Fans Besessen euch die Kaiserslautern Halt die Kaiserslautern Ich schaue natürlich immer sehr, sehr gerne in den Südenunterstaden Guten Abend, Südenbühne! Grüße und auch Fans Im Osten Guten Abend, Ostenbühne! Grüße und Ostenbühne! Und Nummer 5 auf der Norbertines Nordgebühne! Und was wäre dieses Stadion ohne euch im Besten? In Kaiserslautern, der Bundesdenker in Kaiserslautern Heißester Kurve! Guten Abend, Westkurve! Heißester Kurve! Heißester Kurve! Heißester Kurve! Und hier sind sie unsere Männer wie in Not! Jürgen! 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 Achtmann! Jürgen! Hans Wink! Arifu! Jürgen! Eure! Philipp! Carlos! Gluka! Stier! Ian! Demedi! Jürgen! Joghurt! Abdo! Spahit! Marlon! Hüther! Philipp! Clemen! Erik! Dengesser! Jannik! Mauser! Tobias! Raschel! Frünn! Kronstadt! Rückschmel! Chelsea! Leon! Robin! Heißpie! Auf den Metze! Sammeln wir! Aber unter die Führung der Mannschaft! Norddeutscher! Olé, olé! Olé, olé! Olé, olé! Mein Stoffel der Land, du kannst ruhig! Stoffel der Land! Start, Roy! Ja, ja! Ja, Eggmann! Ja! Hoch! Achtung! Ja, Karl! Komm, Karl! Ja! Guter Ball! Guter Ball! Ja! Ah, schade! Ja! Ist noch, ist noch! Leg ab! End zurück! Hoch! Nein! Oh nein! Oh nein! Oh, was machst du dann? Ja! 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 Der legt ab! Nein! Ja! 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 Bleib dran! Ja! 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 Kommt auf! Kommt auf! Kommt auf! Kommt! 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 Schiri! Das ist mein System, mein Tier! Alter! Alter! Aber was war das? Ja, komm halt so hoch jetzt! Ja, einer! Die Nachspielzeit, eine Minute! Ja, und da! Ausfüttung! Mit, bis ja! Ne? Ai aiacki, hin! Ah rol IV Das covert gigs Ja! Ja! Ah! Ja! Geh hin! Komm! Ja! Ah! 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 Hey, wie lange darfst du noch mit Palaben? Ich geh da wohl in der Truppe jetzt! Ja! 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 mit dem neuen Micah Ball. Alter, was ist denn? Yes! Ja, 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 ja. Wir schrauben die 480. Spielminute, Tor für den 1. FC Kaisers und die Fans von Mexikalien präsentieren den anderen Spielstand, Lothar. Es geht weiter, es geht weiter. Wir schrauben die 90. Spielminute, Tor für den 1. FC Kaisers und die Fans von Mexikalien präsentieren den anderen Spielstand. Lothar! Malborn! Malborn! Und wir bedanken uns bei unserer Siegern beim Malum! Siegern! Oh! Oh! Applaus 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 Zu gut auf den letzten Plan. Vielen, vielen Dank an Sie alle. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.